Um in die Tiefen von Tiefwurzel zu gelangen, könnt ihr entweder Rheinis Quest machen oder ihr gelangt von hier aus, und zwar in der Hauptstadt, Kanalisation, und irgendwann seid ihr hier in der Tiefe der Verlorenen. Dann gehts weiter zur Kathedrale der Verlorenen und Ächtung der Rasen und Flamme. Dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Hier geht's zu den drei Fingern. Wenn ihr da reingeht, dann habt ihr am Ende ein schlechtes Finale. Dann geht's weiter. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020